Die spielbestimmte Mannschaft zurück, lauert bis dahin, lediglich auf Foto, da ist das 1 zu 0, jawohl! Steven Skrzybski und der war richtig schön rausgespielt, der Treffer! Robo ist bei uns und versteckt sich, Robo, wenn man zu Null spielt, dann ist man noch zufrieden als Verteidiger, oder? Ja, klar! Meine Damen und Herren, liebe AFTV-Zuschauer, herzlich willkommen! Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen! Würdest du da noch eine Verspätung entwalten, oder? Haben wir das im Bild? Für mich bin ich ein einfacher Junge, der einfach nur gerne Fußball spielt und anscheinend inspiriere ich irgendwie Leute dazu, mich länger hier haben zu wollen. Ich habe immer so eine Regel, unter 10 Grad, da fahre ich dann nicht mehr, aber 10 Grad aufwärts würde ich eigentlich immer mit dem Bike auflaufen. Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!